Nein, ich stell mich genau in dich rein. Cap Circle, du nicht. 5, 4, 3, 2, 1 Ich weiß nicht, was für einen Timer du hattest, aber... Hey, normalerweise punkt man nach der 1. War aber auch. Ja, das war aber... Ich hab nach der 1 gefunden. Die Fortuna-Fans ist... So sieht das schön aus. Ah lol, ist ja noch AC, cool. Ich hab schon gefragt, wo die Sets herkommen, ne? Für die Schott. Konzentriert euch bitte jetzt, mein Gott. Okay, die Hälfte des Raums ist unsicher. Wartet noch die Energie ab. Spott in 3. Warum ist da keiner mehr? Wollt ihr mich verarschen, dass da keiner mehr ist? So, raus da jetzt. Jetzt. Nach dem Scheiß-Bogen hieb wieder in eure Zone rein. Auch wenn das unsicher ist danach. Aber das Abfangen müsst ihr noch machen. So, wieder auf Position. Pass auf, die Leute können schildern. Pass auf, die Leute können schildern. Ads, rein spotten in die Mitte von den Milis. Spott. Ads von den Milis rein spotten. Ja, Kazak, komm. Jedes Mal ansagen. Ich bin dran, ich sterb jetzt. Ich sterb jetzt. Aha, Glück gehabt. Einmal noch. Sternenförmig überall dazwischen ist sicher. Ich steige euch jetzt. Wie du den Mark umsetzt, bitte. So, jetzt in die Bereiche rein. Okay. Brave Zones. Bleibt der Boss da oben stehen? Red World 1 läuft. Red World 2 jetzt. Ich mach die jetzt nicht weg. Jetzt vorbei, wieder auf Position. Alles triggern, was geht. Höchste Sekunden bis Belebung. Ja, direkt ziehen, dann wo auch. Word, zieh mal bitte danach. Direkt ziehen. Jetzt. Spot. Head in die Mitte. Ja, ja. Pass durch. Cool, jetzt ziehen wir bitte jetzt. Und schön, den nehmen wir da rein jetzt. Ich weiß nicht, warum der das fucking Mark nicht umsetzt. So, jetzt. Hört die Leute hoch. Spot in 3, 2, 1. Abfall. Wischen blau und lieder ist knapp sicher. Wischen blau und lieder ist knapp sicher. Jetzt alle Safe Zones. Jetzt alle Safe Zones. Ten Rue jetzt bitte. So, wieder auf Position. Denks aufpassen. Machen wir mal die Kugel mit dir. Machen wir mal die Kugel mit dir. Sagt bitte an. Komm Leute, sagt an. Wir sind im Execute. Letzten Heal zu dir bitte. Hm. Ich hab nix mehr. Machen wir safe. Meier läuft. Die Hälfte des Raums hier. Ja, wartet noch auf die implodierte Energie. Alle rein in die Voids. Ich bin drin. Wir wollen jetzt sichere Bereiche, Hälfte des Raums. Gruppe 1. Erstmal dem Hauch ausweichen. Boah. Halt die Tänk. Halt die Tänk. Racheal 1. Jetzt go go go. Wer hat? Fängt an euren GS. Sprint. Turtok außerhalb. Ja, okay. Geh noch weiter weg. Zwei, zieh, zieh, zieh. Alles, was ihr habt. Ich brauch was. Manohymne bitte. Cool, da. Manohymne läuft. Manohymne läuft. Und noch, warte. Jetzt alles ziehen, was ihr habt. Endet. Und jetzt macht die Position. Ballack den Weg. Und jetzt macht die Zonen anständig. Ja, nur noch die Zonen. Die Kugeln sind egal. Wir haben noch 20 Sekunden. Scheiß auf die Zonen, YOLO. Nichts scheiß auf die Zonen. Das Wort ist schon wieder falsch. Ja! Juhu! 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 Nice! Nice, Leute! Mann, war das geil, Alter! Oh, du fick dich! Missgeburt! Pause, Pause hilft doch, he? Noi, noi. Muss ich jetzt rausschneiden. Dankeschön, Nordic, ey. Nee. Also haut er auf HC den besten Slot als Warford Schloss, den er noch nie gedroppt hat. gut, weiß ich nicht. umuz Deine. Das weiß ich nicht. Und dann oben. Von dem.